Infinity Showdown Es ist einiges passiert. Ich habe es wieder angekündigt, dass dies hier mal wieder ein Halo-Video wird. Mit einem Halo-Gameplay vielmehr. Und deswegen habe ich jetzt Halo 4 mir ist aufgefallen, dass ich leider kaum noch Gameplays auf meinem Rechner habe. Ich muss mal wieder die gute 360 anwerfen und dort alles rüber spülen, was ich noch im Gameplays habe. Wobei, allzu lang ist es ja nicht mehr. Denn dann, meine Damen und Herren, werden wir in ein neues Zeitalter von Halo aufbrechen. Oder in ein altes Zeitalter aufbrechen. Irgendwie. Keine Ahnung. Egal. Weil lang ist es nicht mehr hinten, dann ist eigentlich die Master Chief Collection drauf. Ich muss sagen, ich bin... Oh mein Gott, ich bin gehypt. Ich kann es ehrlich gesagt kaum noch erwarten, man. Die... Ich meine... Das neue Halo-Cluster-News-Folge sollte eigentlich schon bald irgendwann draußen sein. Ähm... Wie das Ganze behandelt ansonsten, dann ist die meisten News wahrscheinlich auch so schon gesehen. Die neue Schmiede von Halo 2 sieht apokalyptisch gut aus. Das ist wirklich... Oh mein Gott. Also sie haben jetzt einiges neu geendet an, an... Ähm... Äh... Wie nennt sich das? Ähm... Ähm... Äh... Äh... Genau. Oh mein Gott. Äh... Und... Ja, ich bin gestagt, wusste ich ja nicht. Cool. Weil... Es gibt ja jetzt in der... Ähm... Ähm... Und, ähm... Auf den kann man dann eben komplett seine eigenen Maps bauen. Und da man jetzt eben die Xbox One hat und die ein bisschen kräftiger ist als die 360. Und nicht nur das, sondern auch, ähm... Halt jetzt mehr Terrarstücke hat, kann man da jetzt... Sein eigenes, komplettes Terrar bauen. Und ich meine, davor war das immer nicht nötig, äh... Nicht möglich, weil da hat man immer... Ähm... Ein paar, ähm... Dinge gebraucht. Wie nennt sich das, äh... Genau halt schon so vorgefertigt das Terrar auf, das man bauen kann. Weil man einfach nicht genug Teile hatte, um es irgendwie anders zu machen. Aber mit, äh... Der neuen Halo 2 Anniversary Schmiede ist wirklich... Man kann so viele Teile nehmen, dass man wirklich sein... Seine komplett eigene Insel bauen kann. Und das haben sie auch sehr eindrucksvoll gezeigt in dem Video dazu. Ähm... Das war wirklich krass. Ja. Aber das ist nicht alles. Nein. Sie haben auch noch so ein paar andere Dinge geaddet, wo ich auch mich schon richtig drauf freue. Ähm... Bezüglich, ähm... Ähm... Minigames und so. Und... Also Spaß. Spiellisten. Sind nicht so kleine Logik-Schaltungen, lassen sie jetzt zu. Also man kann das zu Terminals bauen. Und, ähm... Mithilfe dieser Terminals kann man, äh... Dann jetzt... So kleinere Logik-Schaltungen eben machen. Wie... Dass, fadis irgendwas gesprengt wird. Dass sich Türen öffnen. Dass Dinge verschwinden und wieder erscheinen. So wie ein Knopfdruck. Das ist ganz cool. Wie auch immer ich das da unten eigentlich jetzt gerade überlebt habe. Das war... Oh mein Gott, war das Glück. Na gut, die Gegner hier, glaube ich, waren noch nicht die hellsten. Aber hey. Und... Man kann ja über Halo 4 viel Schlechtes sagen. Aber diese Schubdüsen. Ich liebe sie. Das ist meine liebste Armor-Ability. Und die ist wirklich echt cool. Ähm... Aber ich bin ganz froh, dass sie in Halo 5... Zumindest so in dem Sinne, wie sie jetzt hier ist, schätze ich nicht mehr vorkommen wird. Ich habe letztens so gelesen, dass in Halo 5 eventuell... Diese... Diese Spartan-Abilities, ähm... Wie Power-Ups auf der Map rumliegen. Also so Quake-mäßig. Was... So wie Power-Waffen halt jetzt in Halo. Dass du anstatt dem Rocket Launcher, dann... Was weiß ich, so eine... Ähm... Ich springe irgendwo hin und... Und... Haus runter. Fertigkeit hast. Finde ich an sich ganz cool. Das haben sie ja... Ich meine... Das haben sie ja in MLG schon bis öfter gemacht. In MLG in Reach. Und... In Halo 4 gab es ja in MLG nicht lang. Ähm... War es ja so, dass... Anstatt Power-Waffen, dann war ich schön... Den... Den viel grad eben... Weggenommen, dass der Rocket gewastet wurde, fällt mir so auf. Egal, dass anstatt Power-Waffen an manchen, ähm... Positionen halt irgendwie... Armor-Abilities rumlagen. Ähm... Die dann halt irgendwie aus der Sicht... Dass man sich rollen konnte, die evade-mäßig und so. Aber ja... Die Armor-Abilities, die sie da jetzt haben... Oder diese Spartan-Abilities, äh... Wirken eigentlich bis jetzt... Also man hat nicht viel gesehen, deswegen ist es dumm, eigentlich eine Aussage darüber zu treffen. Aber... Sie wirken... Ähm... So wie sie runterspringen und shit und... Zeug machen. Ganz okay. Ist ja auf jeden Fall aggressiver, als... Ähm... Was man bisher gesehen hat. Aber ja. Nein. Ich glaub, die kriegen das schon hin, die Jungs. Hoffentlich zumindest. Weil ich hab ja vorerst mal die Master Chief Collection. Trotzdem... Muss ich nochmal sagen, es ist wichtig, dass Halo 5 gut wird. Auch wenn wir die Master Chief Collection haben. Die Master Chief Collection, meine Damen und Herren... Wird uns zwar lange versorgen, aber sie wird leider nicht ewig halten. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das Vertrauen in neue Halos nicht verlieren. Wenn wir das nämlich tun, dann ist das scheiße. Weil dann, ähm... War's das nach der Master Chief Collection so ziemlich mit Halo. Und genau aus diesem Grund ist es verdammt wichtig, dass Halo 5 gut wird. Aber... Äh... Und das ist auch ganz gut, dass Halo 5 gut wird. Das ist ja ziemlich viel gut in einem Satz. Ähm... Weil... Sie eine so frühe Beta haben, erstens. Und zweitens, weil sie schon mal wirklich mit Halo 4 aufgewacht sind. Ich mein, das war ja auch irgendwie... Ein Multiplayer, der ist ja so schnell abgesackt. Das war echt Wahnsinn. Was hat sich einfach gesagt... Äh... Halo 4... Nee. Halo 4 war so falsch in so vielen Arten. Und das Traurige ist, dass ich gut und gerne glaube, dass Halo 4, ähm... Sehr wohl, sehr gut hätte sein können. Ich mein, die Story und so fand ich auch noch gut. Aber ich mein, auch Story-mäßig hätt's noch deutlich besser sein können. Da kriegt er mich noch. Wieso ist der arme Karabiner so underpowered? Der hat... Einfach so ein kleines Magazin. Mein teammate wird gestackt. Na super. Ähm... Ja, das große Problem ist eben mit Halo 4, dass es so verdammt wirkt, wie er als hätte... Wie er als hätte es, ähm... Einfach nicht mehr in diese Generation gehört. Wie als wär's so... Gerade mit der Hälfte ihres Projekts fertig gewesen. Und dann kam Microsoft rein. Jo, Jungs, äh... Wir brauchen auch was für die 360 für die E3. Ähm... Halo 4! Wie? Halo 4 ist doch für Xbox One! Ja, das ist jetzt nicht mehr. Hehehe. Ähm... So kam's ja nämlich vor. Und da Halo... Halt so eine große IP ist, ähm... Ähm... Auf der Xbox, äh... Haben sie sich ja nicht so richtig gedacht, ja. Also die Microsoft-Menschen... Ja, scheiße, wir brauchen irgendwas für die E3. Äh... Haut mal das neue Halo raus. Ja. Und, ähm... Es wirkt einfach... An vielen Enden und Ecken... Ecken und Enden, andersrum... Ähm... Einfach so... Gerusht, äh... Überschnell fertig gemacht. Auf Entfernung ist die Sau eigentlich gar nicht mal so gut. Na gut, okay. Ich hätte die volle Schilde gehabt, hätte ich ihn besiegt, aber... Trotzdem bitter. Bitter, bitter, bitter. Bitter, bitter. Ja. Na egal. Mit Halo 2. Ich bin sehr erfreut, dass die Schmiede... Äh... In Halo 2 Anniversary so gut ist, weil... Ich hatte am Anfang schon Angst. Ich hatte Angst, dass... Uh... Das... Ähm... Darüber müssen wir jetzt nicht weiter diskutieren. Halo 2 ansehe ich auch sehr cool. Aber halt auch ziemlich alt. Also... Noch nicht augenkrebs alt, aber schon kurz davor. Und Halo 1... Auch noch nicht... Okay, ja gut, er hat eh nicht Multiplayer. Gut, der Multiplayer könnte echt ganz lustig werden. Aber ist halt auch schon verdammt alt. Also wieder so ein neues Halo, das auch... Die Augen ein wenig schmeichelt, wo man sich auch wieder cool fühlen kann. Und nicht wie so ein Retro-Kerl. Ähm... Ganz von abgesehen, dass diese ganzen Games... Diesen... Retro-Grafiken mag zwar die... Äh... Wackenden Plans ziemlich gefallen. Aber... Neue Spiele unlocken tun sie auf jeden Fall nicht. Meines Erachtens zumindest. Komm, deswegen, ja. Ähm... Und deswegen bin ich froh, dass das so ist, weil... Äh... Die Community hier... Jetzt echt... Die Möglichkeiten hat... Umfassend selbst neue Maps zu bauen. Wieso ich da nicht von der Granate weg bin, das war auch nicht so schlau. Der Tod, den hätte ich mir sparen können. Ähm... Ja... Und das ist halt... Ziemlich cool. Weil ich weiß, ich habe eine komplett neue Engine programmiert. Und das sieht echt gut aus. Auch wenn mir von Isch mal gesagt wurde, er es bei einem Kumpel schon spielen konnte. Ähm... Dass... Äh... Dass es bei... Bei vier Spielern Splitscreen-Frame-Drops gibt. Aber hey, es ist im generellen mal cool, an der Xbox ein Spielzeug, an der Xbox One, dass überhaupt Splitscreen geht. Somit bin ich da schon mal ganz froh. Ähm... Oh... Oh... Gut, dass ihr seid hier mit nichts dafür kann. Und ähm... Deswegen ja. Aber hey... Spiel vorbei. Sieg. Schätze ich. Ihr könnt ja mal noch zu den angesprochenen Themen irgendwas schreiben. Halo 2 Schmiede. Ähm... Halo 4. Gerusht. Oh Gott, das ist nicht angeschrieben. Und äh... Ja. Äh... Tschau und tschüss, sagt der Querl. Oh Gott, ich muss noch einfügen. Also es ist so toll, einen neuen PC zu haben. Ich kann die Gameplays flüssig ansehen. Einfach so am PC flüssig ansehen. Ah... Tut mir leid. Tschau und tschüss, sagt der Querl. Oh Gott, ich muss noch ein bisschen mehr sein. Oh Gott, ich muss noch ein bisschen mehr sein. Oh Gott, ich muss noch ein bisschen mehr sein. Oh Gott, ich muss noch ein bisschen mehr sein. Oh Gott, ich muss noch ein bisschen mehr sein. Oh Gott, ich muss noch ein bisschen mehr sein. Vielen Dank.